Ja, wir sind zurück. Ich starte im Kirchhoff-Ankreis. Gehen beide sehr aggressiv in den Kampf. Wahnsinn! Jetzt wird es sehr gefährlich. Oh, da schaut eng aus, da schaut eng aus. Richtig geil, so geil habe ich hier noch nie gekämpft. Ja, man hört die Stimmung in der Halle. Unglaublich starker Bodenkampf. Und nun der nächste one. Eck. Sehr schöner Single Eck. Was für ein kranker Kampf. Ja, und so lässt es sich kämpfen. Ich werde mich testen, wieso kommen. Halt auf, euch zu verstecken. So, jetzt kommt der Pegs-Up. Oh! Ihr habt Amateur-MMA in Österreich auf den nächsten Level gebracht. Hup, 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 let's fight! Ah! Oh! Amateur-MMA in Österreich auf dem Beispiel. Vielen Dank.